Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von ED1 an. Dieser hat über ZEKPLUS geschrieben, welches er mit 4,8 Sterne bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Produkttest, Erfahrungen mit ZEKPLUS, ZEKPLUS Produkten. ZEKPLUS ist eine Fitnessmarke, die Sportnahrung und Subliments herstellt und über den eigenen Onlineshop auch vertreibt. Das Sortiment richtet sich also vor allem an Leute, die aktiv Sport betreiben oder auf ihre Gesundheit viel Wert legen und sich und den Körper dementsprechend auslasten. Zusammen werfen wir einen Blick auf die Produkte und das Sortiment allgemein und welche Erfahrungen ich mit einzelnen Produkten gemacht habe. Über ZEKPLUS. ZEKPLUS ist eine deutsche Qualitätsmarke. Hergestellt und entwickelt werden alle Produkte in Deutschland, wo sie ebenfalls getestet werden. Die Marke ist von Sportlern ins Leben gerufen worden und wurde für Sportler gemacht. Das Team von ZEKPLUS bringt viele Erfahrungswerte aus sämtlichen sportlichen Bereichen mit und einige haben Wettkampferfahrungen. Mit dem Erfahrungsschatz kennen Sie genau die Bedürfnisse und Ansprüche von sportbegeisterten Menschen, da sie es nachvollziehen können. So entstehen regelmäßig neue Subliments oder Nahrungsergänzungsmittel. Verwendete Inhaltsstoffe sind alle geprüft und in hohen Konzentrationen für maximale Wirksamkeit enthalten. Im Gegensatz zu anderen Ergänzungsmitteln, die häufig mit Inhaltsstoffen werben, die gar nicht enthalten sind, kann man bei ZEKPLUS genau die Menge nachvollziehen. Das ZEKPLUS Sortiment. Das Sortiment ist umfangreich und deckt alle Bereiche ab, die man sich als Sportler wünschen könnte, in Bezug auf Supplements, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Die Produkte sind alle in verschiedenen Kategorien aufgeteilt. Unter Food findet man die Legendbar. Ein Snack für zwischendurch, Proteinchips, Low-Carb-Nudeln, Pancakesmischungen, Kokosöl aus biologischem Anbau und Tee. Eine extra Kategorie bekommt Riegel, welche besonders beliebt bei den Fitnessmenschen sind, da man sie schnell verzehren kann und sie schnell in den Körper einringen, um dort neue Energien freizusetzen. ZEKPLUS bietet die Legendbar und Proteinriegel. Die Auswahl hier ist also eher klein. Die weiteren Produkte sind sortiert nach Kategorien wie Eiweiß, Proteine, Kohlenhydrate, Aminosäuren, Kreatin, Testo Plus, Fettsäuren und Ergogenics. Je nachdem, was für einen Trainingsplan man verfolgt, kann man sich dementsprechend die passenden Zutaten so zusammensuchen. Die Inhaltsstoffe dienen alle unterschiedlichen Zwecken, um unterschiedliche Trainingsziele zu erreichen. Eine andere Art, um auf ein passendes Produkt zu stoßen, ist die Sortierung nach Pre-Workout, Intra-Workout und Post-Workout. So findet man Artikel, die sich eben zur Einnahme vor, während oder nach dem Training eignen. Natürlich wiederholen sich hier immer wieder die Produkte und man darf nicht denken, dass jede Kategorie neue Produkte enthält, die es in anderen nicht gibt. Es geht hierbei nur darum, verschiedene Wege zu zeigen, um an etwas zu kommen, was zu der eigenen derzeitigen Situation passt. Neben Produkten zur Einnahme gibt es außerdem noch Duschgele, Wärmegele und Fashion. Unter Fashion findet man dann T-Shirts und Hosen für Damen und Herren, die sich ideal für den Sport eignen. Eine Besonderheit bei ZEG Plus sind noch Produktpakete. Das sind Zusammenstellungen von mehreren Produkten einer oder verschiedener Art, die meistens zu einem Vorteilspreis angeboten werden. Da findet man dann eben Vorteilspacks oder Pakete, die sich an einem bestimmten Thema orientieren, wie Muskelaufbau, Fettverbrennung und so weiter. Versand und Zahlung. Seit kurzer Zeit kann man bei ZEG Plus versandkostenfrei innerhalb Deutschlands bestellen, wenn der Warenkopf mindestens 50 Euro beträgt. Generell liefert ZEG Plus nach Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Frankreich, Italien, Luxemburg und Spanien. Als Zahlungsarten werden Vorkasse, Kreditkarte, Banküberweisung, Paypal und Sofortüberweisung akzeptiert. Die Versandkosten sonst betragen für Deutschland 3,90 Euro, für die Schweiz 9,90 Euro und für den Rest 7,90 Euro. ZEG Plus Partnerprogramm. Bei ZEG Plus kann man an einem Partnerprogramm teilnehmen. Dafür muss man zunächst ein Partnerformular ausfüllen, wo man unter anderem natürlich persönliche Angaben macht, aber auch einen Link zu seiner eigenen Webseite angibt. Daraufhin meldet sich ZEG Plus bei einem und entscheidet, ob man für das Partnerprogramm in Frage kommt und bespricht gegebenenfalls weitere Einzelheiten. Wenn man an einem Partnerprogramm teilnimmt, wird man dann affiliiert. Als solcher bekommt man einen persönlichen Link bereitgestellt, den man möglichst bewerben sollte, weshalb man unbedingt eine Webseite braucht. Wenn über diesen Linken Produkte von ZEG Plus erworben werden, erhält man als Partner auf den Nettobetrag an einem bestimmten Prozentsatz an Provisionen. Meine Erfahrung mit den Produkten von ZEG Plus. Die Marke ist mir bekannt durch YouTube, denn dort vertreten einige bekannte Fitnesspersönlichkeiten die Marke und halten regelmäßig Produkte von ZEG Plus vor die Linse. In der Videobeschreibung findet man dann auch einen Link, der darauf deutet, dass sie Partner von ZEG Plus sind. Bei einer Reichweite, die manche von ihnen haben, würde ich das definitiv auch machen. Da ich einige von den Leuten da gerne verfolge und ich ihnen vertraue, habe ich mich auf der Seite mal umgeschaut. Vorab zu mir. Ich bin kein Fitness-Experte, aber ich bemühe mich körperlich aktiv zu bleiben. Ich wollte jetzt mal meinen Sport auf das nächste Level bringen und ernst da an die Sache gehen, damit ich ein paar Kilo verliere. Mein Gedankengang war, dass wenn ich mir jetzt für viel Geld Produkte bestelle und diese täglich in meiner Küche stehen sehe, ich zusätzlich motiviert werde, weil ich ja schon Geld ausgegeben habe und das soll schließlich nicht sinnlos gewesen sein. Also was habe ich mir bestellt? Erst einmal den ZEG Plus FB, was hier nicht für Facebook, sondern für Fettburner steht. Da bekommt man 180 Kapseln, die die Fettverbrennung anregen sollen. Enthalten sind Inhaltsstoffe wie Koffein, Grüntee-Extrakt und diverse Aminosäuren. Außerdem wollte ich noch eines der bekannteren Produkte testen und habe mich für den Testosteron-Booster Testo Plus entschieden, der nicht nur für Männer wirksam ist. Nach vier Wochen regelmäßiger Einnahme beider Produkte nicht immer gleichzeitig, je nachdem wie mein Tag eben aussah, kann ich sagen, dass ich eigentlich soweit zufrieden bin. Natürlich ist es schwer zu sagen, ob der Fettburner mir dabei hilft abzunehmen oder ob es schlicht und einfach an der Tatsache liegt, dass ich mehr Sport mache. Was man aber schon sagen kann ist, dass das Testo Plus auf jeden Fall einen Effekt hat. Dieser äußert sich so, dass man wesentlich energischer ist, auch wenn man zuvor noch sehr müde war. Die beiden Artikel machen eine gute Kombination, da eins dafür sorgt, dass das Fett wegschmilzt und das andere fördert den Muskelaufbau. Insgesamt macht Sekt Plus einen super Eindruck auf mich, als Laien. Besonders der Shop gefällt mir gut, denn die Produkte werden sehr detailliert beschrieben. Inhaltsstoffe werden nicht nur einfach aufgelistet, sondern richtig aufgeschlüsselt, so dass man genau weiß, welcher Inhaltsstoff was bewirkt. Es war also eine runde Erfahrung mit Sekt Plus. Gute Produkte, fairer Preis und schneller Versand. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de